Sicher Mehrwert bedeutet ein sicherer Arbeitsplatz für die Mitarbeiter hier, ein Mehrwert für das Unternehmen, für die Kunden und Mehrwert für die persönliche Entwicklung. Ehrlich erfolgreich ist für mich ein ganz wichtiges Motto. Kunden schätzen eigentlich ganz stark unsere Unabhängigkeit, unsere unabhängige Meinung und die kann auch manchmal sein, hey lass es einfach. Wir sind damit einfach auch ehrlich und das kommt wieder zurück. Also für mich ist machen dürfen oder dafür steht auch Dress und Sommer der Unternehmer im Unternehmen. Bedeutet für mich, dass du hier alle Möglichkeiten hast, dass du sobald du eine Idee hast, du alle Möglichkeiten hast, diese Idee umzusetzen und du jede Rückendeckung bekommst, um da wirklich selber vorwärts zu gehen und Erfolg zu haben. Führung bei Dressen Sommer zusammengefasst bedeutet eben, dass vordergründig eine sehr lockere Führung zu sehen ist, die aber auf sehr klaren Grundsätzen beruht. Gemeinsam unabhängig bedeutet für mich, Dress und Sommer gehört sich selbst, also nicht irgendwelchen Investoren oder Hedgefonds, sondern den Partnern, den ehemaligen Partnern und den Mitarbeitern. Und da redet mir erstmal keiner rein, vorausgesetzt wir kriegen es hin und bisher haben wir es immer hingekriegt und das macht Spaß. Spaß an Höchstleistung, das hat natürlich auch sehr viel mit Engagement zu tun. Wir können nicht nur feiern, wir können nicht nur arbeiten, sondern wir können auch viel Gemeinsames machen. Also grenzenlos lokal hat für mich persönlich natürlich eine ganz tolle Bedeutung. Durch meine familiäre Verurteilung sowohl in Dänemark als auch in Deutschland fühle ich mich in beiden Ländern, in beiden Märkten gleichermaßen wohl, das macht einfach Freude und das bedeutet für mich grenzenlos lokal zu sein. Klima für Zukunft ist für mich, dass man hier gemeinsam arbeitet und sich gemeinsam weiterentwickelt und somit auch einen gemeinsamen Spirit erfährt und spürt und das bringt mich auch dazu langjährig hier zu sein.